Seit der 1.20 gibt es in Minecraft sogenannte Ruinen. Diese findet ihr in einem Wald- oder Schneebiom. Erkennen könnt ihr sie an den seltsamen Kies- bzw. Sandblöcken. Craftet euch jetzt einen Pinsel, mit diesem könnt ihr an solche Blöcke durchsuchen. So wie ich hier und... Oh, was finde ich denn da? Wie ich sehe, haben über 85% von euch meinen Kanal noch nicht abonniert. Dann wird es aber mal Zeit. Und mit etwas Glück könnt ihr coole Items, wie zum Beispiel eine spezielle Schallplatte rausbekommen. Die ihr nur in so einer Ruine finden könnt. Aber was ist eure Meinung dazu? Denn...